Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Is Origins. Es geht wieder weiter und das letzte Mal haben wir angefangen hier gegen die zu verhempfen und es ist ein extrem nerviger Kampf, weil... Ich wusste jetzt ziemlich gar nichts, was ich will. Ich muss sagen, ich habe momentan einen Kampf gegen meine Steuerung. Nicht gegen diesen Gegner hier. Wir hatten mich jetzt zweimal mit dem getroffen, obwohl der Schuss noch nicht war. Wollte ich uns weggehen? Kannst du aufhören, diesen... Laserspum, mach dann aufladen, da hinten, nimm nur hin. Schon wieder habe ich den losgelassen, ob er nicht wollte. Das sollte einfach nur ein bisschen häufiger so der Fall sein. Nein, ich mache es natürlich für den Laser. Ich mag euch noch weniger mit euren Lasern. So, einfach defensiv bleiben, angreifen, wenn ich die Chance habe zu sehen. Und natürlich auch daneben gehen. Kannst du mich bitte... ...nicht mit dem angreifen? Genau mit dem. Geht doch. Nicht mit dem. Schade. Okay. Kannst du endlich mal in deine zweite Phase rüber gehen. Ich bin langsam mühsam hier. Danke, dass du noch vorher den ganzen Schaden reingedrückt hast. Was zum... Ihr habt doch... ...angegriffen. Angegriffen. Hab nicht getroffen. Okay. Wir schauen wie der Eis... Oh nein, warte, das hat es jetzt mal nicht gemacht. Ich will an den Feuertypen ran, weil... ...der ist der, der mir momentan Probleme macht. Kannst du mal damit aufhören, mich zu fressen, wenn ich dich angreifen will? Ah. Den Laser sieht man einfach so gar nicht. Ich muss... ...springen. Springen. Springen. Nicht angreifen. Springen. Es kommt Eis. Da muss ich nicht mal springen. Einfach rundum laufen. ... ... ... ... ... Komm schon, ich will nicht vom Laser getroffen werden. Nein, du willst essen. Okay, du willst nicht essen. Jetzt willst du abessen, oder? Jopp. Nein, du darfst das nicht machen. Das ist böse. Ich will, dass du Nahkampfangriff machst. Mach deinen Scheiss-Nahkampfangriff. Dankeschön. Noch mal Nahkampfangriff, bitte. Ich kann einfach überhaupt nicht dran kommen. Falscher Knopf. Ich will nicht mehr uns hier ran. Jetzt ist es schon mal ein Monster of the War. Ich will nicht mehr uns hier ran. Aber ich will nicht mehr wirklich hier ran. Man muss nicht mehr gehen. Daaaah! Ach bumm! Ich muss weg! Das ist scheisse! Ich muss weg! Das ist scheisse! Ich kann nicht dagegen machen! Daaaah! 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 Ich will nicht, dass du diese scheiss Bomben schiesst! Was habe ich gerade gesagt mit diesen scheiss Bomben? Ich bin so gut wie tot! Und wenn ich gerade mal versuche anzugreifen Ich sterbe! Das ist auch so! Ich bin so gut wie tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Er ist so gut wie... Jetzt bin ich tot! Ok, ich habe langsam den Dreh raus, wie ich angreifen kann ohne gross Schaden zu erleiden Nicht den Angriff! Nicht den Angriff! Genau den! Ich könnte mir ein bisschen weggehen von ihnen Von ihr! Sorry! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Momentan läuft es noch! Aber nicht mehr lange! So wie ich es kenne! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Komm, jetzt mal ein bisschen weg voneinander! Das ist nicht wirklich wegvoneinander im Falten! Das ist ein falscher Angriff. Das ist ein falscher Angriff und ich kann es mir so gut treffen. Ich muss mal Phase 2 rüber. Ich muss dann gleich Phase 2 kommen eigentlich. Jetzt. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Okay, du machst noch nichts. Du weißt, komm schon, du weißt eben nicht. Du weißt jetzt, komm, du weißt. Du weißt eben immer noch nicht. Du weißt jetzt. Du weißt eben immer noch nicht. Du weißt jetzt. Ich hab das gebissen. Wieso hab ich den Charge echt nicht voll gekriegt? Seht ihr, es läuft schon um einiges besser. Bison. 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 Sogar! Ok, es lohnt sich nicht gross, ich muss wirklich in der Ecke gedrängt sein. Ich muss da einfach trotzdem Schaden erleiden, obwohl ich eigentlich gar nichts wirklich dagegen machen kann. Wieso muss ich das jetzt schon so schnell machen? Beissen? Nein. Beissen? 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 Lesen? Beissen, 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 Beissen! Und zwar so circa in die Ecke gedrängt. Ok, es war besser als andermal, aber auch nicht wirklich sehr gut. Ich muss nicht springen, ich muss einfach laufen und vielleicht noch ein bisschen ausweichen. Ich habe dich nicht getroffen, wirklich. Du gehst in den da rein. Bombe, Bombe, Bombe. Laser, Laser, Laser! D daneben, daneben, daneben! Beissen, Beissen, Beissen! Danke! Bombe, bombe, bombe! Beiss, Beiss, Beiss! Beiß, Beiß, Beiß! Lass jetzt nicht beißen. Beiß, Beiß. Okay. Beiß, Beiß, Beiß. Laser. Feuer, Feuer, Feuer. Okay, da bin ich jetzt blöde getroffen worden. Beißen? Wollte gerade anfangen, Beisste er überhaupt? Ja, braucht er. Ah, what the hell? Wollte gerade anfangen. Blasers. Beißen. Jo, Beißen. Beißen, Beißen, Beißen. Laser. Kannst aufhören mit deinem Feuer. Beißen. Ja. Ja. Was, habe ich wirklich gerade aufgehalten vor dem Angriff? Das funktioniert sogar. Beißen, Laser. Beißen, Laser. Beißen, Laser. Beißen, Beißen. Oh, come on. Das ist unfair. Oh, come on. Beißen. Beißen, 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 Beißen. Beißen. Aber wir müssen nicht viel. Beißen, Laser. Bombe. Ah. Die Konzentration. Ich glaube, man hört das gar nicht gut. Beißen, Laser. Beißen. Beißen, Beißen, Laser, Beißen, Beißen, Laser. Beißen. Bombe. Was ist das jetzt? Ah. Ein Riesen, oder was? Okay, ich sollte nicht dort in das komische Teil reingehen. Oh, mein Gott. Ich habe ganzes Fahrzeug heute verschwindet. Okay. Gut. Heute geht es im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal heute. Ciao.